Ein herzliches Willkommen auf der Groundbreaker bei The Outer Worlds, dem Las Vegas der Kolonie. Gehen wir es an. Wir haben noch die Mission mit Barbarti, ne? Jawohl, das machen wir als erstes, weil ich denke mal, die bleibt dann da. Ich hätte ich mitnehmen sollen. Ah, hm? Ba, ba, ba. Rest'n'go, los, hopp. Ich würze es jetzt. Ich würze es jetzt. Ich würze uns erst mal Barbarti abgeben, dass die erst mal da bleibt und dann gucken wir mal. Weil wir können uns immer noch umgucken. Wichtig ist erst mal, dann kann die in der Zwischenzeit von ihr lernen. Das ist ein Byzantium, ihr gold-plated Bastards. Ja, niemand will dich auf der Groundbreaker. Diese Stairs sind Bord's property. Disperse jetzt, oder ich will dich für Trespassungen. Oh, das ist echt schrecklich. Wir werden uns wirklich auf unserer Station arrestieren? Ja, das ist Chief Juneling's ship. Du wirst hier nicht nötig. Step zurück. Ich bin von Bord-Bord zu benutzen, die Excessive Force zu nutzen. Ich würde gerne noch mal einen Run machen, wo ich die hier angreife. Engineers, darf ich hier rein? Scheint so, ne? Warte, kommst du mit? Sehr schön. Das ist Halcyon Luke's XF4-Elevens? Und ein alten Yaketa-3-7? Du denkst, sie würden mich auf dem Powerplan geben lassen? Die Finale sind erstellend, aber ein Scandal hat die Liga verbreitet. Und hat dieses pivote Spiel in Frage gestellt. Die beiden Teams haben negativ für die Leistung zu verbreiten. Darf ich jetzt mal? Guckst du überhaupt drauf? Schöne mal auf zu reden, ja. Ja, ich lass dich da und mit ihm geh ich dann zuletzt. Das machen wir zuletzt, weil ich denke mal, das gibt einen kleinen Aufstand. Und das muss nicht sein. Wir hacken, müssen wir nicht machen. So, dann komm mal her. Ja, ja. Ich bin Jack Jugga. Gutes Schiff hast du hier, Chief. Ich bin der Kapitän Arable. Allerdings ist mein Schiff gerade gestrandet. Ich habe gehört, dass wir jemanden im Impound hatten. Ich wünschte, dass ich mir helfen konnte. Ich habe den Bürokraten einen Motiv-Authorität über Freight-Trafik gegeben. Und es schreckt sie gut, wenn ich sie schaue. Nur damit wir uns gemeinsam verstehen, ich bin das letzte Wort auf dem Schiff. Die Martins, die Crew, die Ingenieure, ihre Familie. Ich hoffe, dass es keine Probleme gibt, während ihr besitzt. Na, ich tue nicht. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Frieden zu gebären. Ich werde versuchen, meine kleinen Schlägerei anzuzählen, aber ich kann nichts versprechen, dass es nicht trotzdem dazu kommt. Natürlich nicht, Chief. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Frieden nicht zu gewähren. Gut. Geh nicht mit mir Probleme. Und die Chance sind, dass du keinen finden kannst. Das ist, wie ich es hier mag. Also, was bringt dich zum Grundbrecher? Ich bin sehr interessiert. Auch wenn ich neunmal nach zehn, die Antwort ist einfach durch. Hm. Wenn ich mein Schiff wieder habe, geht es nach Montag. Das geht euch nichts an. Ich bin nur der Durchreise. Ich bin nur der Durchreise. Statistiken nicht lieben. Wir sehen viele gleiche Gesichter, die kommen und gehen. Die meisten sind Spie und Corporate-Sprats. Das macht es schwer, die Outsider zu vertrauen. Sie sind anders. Also, willkommen an. Oh, danke. Okay. Parvati, du wolltest doch mit John reden. Das ist deine Gelegenheit. Es ist ja ein bisschen warm hier, nicht? Was ist los? Wie ist es so? Einen kann man über die Schiffe zu haben. Du hast nicht so noch nicht viel Vertrauen zum Vorstand. Nein, Parvati erst mal. Was? Ich dachte nicht, dass du einfach... Parvati, ist es? Das ist ein schönes Name. Was kann ich für dich tun? Du musst doch nicht gleich so formell sein, Parvati. Parvati einstupsen. Ja. Seitdem du eine ganze Spacesstation stehst, habe ich mich gefragt, ob... Well, vielleicht könntest du mir ein paar Dinge erzählen. Ich könnte dich später, vielleicht? Ich wäre glücklich, die Zeit, Parvati. Du kannst mich alles fragen. Oder du darfst dich auch nicht freien, wenn du eure Aufzeugung persönlich vergleichen wolle, Parvati. Genau. In Person. Natürlich, Kapitän. Wow, großartig. Ich werde das dann machen. Nach Nachrichten. Oh, dein Name ist auch ziemlich schön. Ich hätte gesagt... Sorry. Ich mag es. Wie ein kleines Kind. Danke für dich. Ich hätte gerne noch ein paar Fragen. Gut gemacht, Parvati. Ich könnte es nicht ohne deinen Moral-Support, Kapitän. Jetzt, wenn es nichts mehr gibt, gibt es andere Teile des Schiffes, die für meine Aufmerksamkeit. Äh... Wie ist das zum Beispiel? Guck mal, da... Ein bisschen warm hier, ne? Was ist los? Groundbreakers-Radiators brauchen Replacement-Parts. Sie schrauben superheatendes Luft in mein Schiff. Aber hast du das noch nicht repariert? Deinem fähigen Meter können das Problem dann sicher lösen. Nur das Bord hat die Neue-Parts. Und ich lasse sie mich nicht in ein Körner. Hm. Ich verstehe mir doch sicher nicht, dass die Groundbreaker verglüht. Sie wollen uns zu schweiten, zu denken, das wird mich auf für eine schlechte Hoffnung. Wenn Sie mich entschuldigen, dann können sie sich wegschrauben. Das Bord ist nicht helfen, und meine Ressourcen sind zu spüren. Wenn ich die Radiator-Radiators nicht zurückkomme online, Groundbreaker, alle auf Bord, werden wir wegschrauben. Ei, 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 ei. Du brauchst jemanden, der sich darum kümmert und meine Preise sind angemessen. Nein! Die ist so sympathisch. Nee, ich kann nicht helfen. Ich... Ich... Wir... Wir wären für Ihre Unterstützung. According zu meiner Grandmother's alten Schematik, die Teile, die wir brauchen, sollten in den Backbays sein. Ich... Verstand nicht. Ich kümmere mich darum, die hinteren Buchten... Wo... Wo soll ich wissen, wie groß das ist? Ja, da hinten. Woher weißt du, dass die Teile noch da sind? Aber dieser Reiter hat einen Ragen, richtig? Die Backbays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Ach, denn... Dann kann ich ja mein Messer doch noch einsetzen. Schön. Können wir den... Mit den Leuten auszusortieren? Was ist hier an jemanden lustig, um die Teile dort zu finden? Ich habe. Einer meiner Engineer, plus ein kleines Sicherheitsdetail. Sie kamen nicht zurück. Ich kann nicht aufhören, dass keine Mardits auf diesem Job verlieren. Keine Entschuldigung, aber ein Freelancer wie du ist ist mehr entspensbar. Mit freischaffender... Wie du? Ist unentbeerlicher? Achso. Ja. Gehst du bei dem Entmachen? Natürlich nicht. Warum sind sie so wichtig? Mardits are descended from the original marine detachment that crossed the void with groundbreaker. I don't put their lives on the line, if I can avoid it. Kann man verstehen. Diese Teile gibt es nur da. Ja, natürlich, natürlich. Das bedeutet, dass ich mit dem Board negatieren muss. Ich habe ihnen bereits die Shoppen, die Dockungsfragen und eine verdammte Embassy gegeben. Vielleicht nicht nach Verhandlung, eher nach bürokratischen Coop. Verdammt richtig. Und während ich Kapitän des Groundbreaker ist, es fällt mir an, um dieses Schiff zu entspannen. Können wir jetzt mit London ausdiskutieren? Ich besorgte die Teile. Gut. Nachdem du die Teile erhalten hast, können wir zur nächsten Phase des Verbrauchs. Wir müssen hier einiges machen. Pawati, du bleibst ja hier, ne? Hä, Pawati? Ich dachte... Hä, Pawati? Was... Pawati? Hä? Ja, was war das denn gerade mit June, ey? Was? Sie ist wirklich sehr kompetent. Sie ist in Ordnung. Und da denke ich... Alles in Ordnung mit dir? Klingt jemand, als wir ja da ein bisschen in den Parkneiten... Na, ich denke nicht, dass... Also selbst wenn du das wissen willst, ist das auch gut. Aber ich denke mal, es ist einfach nur die Aufregung. Na, sie ist zum ersten Mal im Weltraum. Sie ist zum ersten Mal auf einmal mit Schiff. Sie hat zum ersten Mal zu viel Input. Ne? Aber wir machen das trotzdem mal. Was? Nein. Vielleicht? Ich... Ich... Es ist wie, jemand hat mich in die Hände... und erholt, was ich nicht wusste, was ich wollte. Du weißt, wie schwer es ist, jemanden zu finden, der mit Werkzeugen in einer kleinen Stadt wie Edgewater? Darf ich doch. Das ist eher Interesse, aber... Sie scheint nicht abgeneigt zu sein. Klingt so, wirst du nicht ganz sicher, was du fühlst. Dir nicht von der Arbeit ablenken, oder? Naja, Beziehungen werden schon mehr als starke Oberhammer und ein gemeinsames Berufsfeld. Aber das klingt so, als wäre sie sich nicht sicher. Ich habe gerade kennengelernt. Wie könnte ich es sein? Genau. Alles, was ich weiß, ist... Ich will mehr mit ihr sprechen. Und hast du gesehen, wie alle auf Groundbreaker an Junlei hört? Sie ist einfach... Das kommt noch. Das kommt noch, Babati. Das kommt noch. Aber ihr glaub ich mir nichts, ganz ehrlich. So, was haben wir denn jetzt? Cats of Arrival zurück? Nö. Für den Sicherheitsterminal der Groundbreaker, das machen wir noch nicht. Okay, dann Sam. Das ist eine kritische Lösung. Ah, komm, machen wir mal die Krankenstation, ne? Oder kommen wir hier noch irgendwo weiter? Ist versiegelt. Nö, hier ist die... Na, egal. Dann... Geben wir mal... Systematisch durch. Was ist denn das? Guck mal, die können wir aber nehmen. Und das Kitchen Schlüsselkarte. Okay, wie ich dachte, Babati bleibt jetzt da, oder? Was? Likes Armory. Da könnt ihr nicht alles mitnehmen, ne? Aber nein. Du siehst wie jemand, der ihre Schere von Kutzen und Kutzen hat. Du brauchst ein Armour. Vielleicht ist es ein bisschen secondhand, aber das ist nur ein Testament zu ihrer Stabilität. Wenn es nicht so aus wie meine... Ja gerne, zeig mal was du im Angebot hast. Nur Blödsinn. Oh. Okay, das sieht aber cool aus. 517. Das ist ja nichts hier. Was ist das denn? Was denn da? Wasserabweisende Schutzausrüstung. Wow. Toll. Standard-Soldaten da hin. Ah, ganz ehrlich, das... Ich spars mir noch. Ich spars mir noch. Stattdessen... Kannst du das hier mal verkaufen, und mehr brauchen wir nicht. Achso, ich wollte doch noch was fragen. Äh... gehörst du zu den Spacern? Nicht ich, aber es ist in meinem Blut. Nach dem Crossen, meine Familie arbeitet Eredanos. Indenturiert zu den Corporations. Achso. Ich bin ja. Ich bin in der Corporate Arbeit, aber ich bin der erste von meiner Familie zu kaufen, das ist der Grunde genommen. Das ist der Grunde genommen. Das ist die letzte Passion der Freiheit. Mhm. Okay. Ja, das ist gut. Okay. Und? Spratwurst. Das klingt aber jetzt gerade mal wirklich lecker. Was genau ist denn Spratwurst? Ich weiß nicht, was Sprats sind. Space Rats. Die Laboratoren der Spacers Wahl gefunden haben, für dieses limitless Frontier-Resource. Kleber. Spratwurst ist ziemlich lecker, wenn gut vorbereitet. Wir gründen sie in Sausage, dann schreien sie in ihren eigenen Jußen. Boah. Ist Spratwurst nicht etwas wie Sportwurst? Die habe ich schon erfahren gehört. Absolut nicht. Spratwurst in all related terms are registered Trademarks of Spacers Choice. Boah. The other meat is a registered Trademark of C&P. Everyone knows our company and theirs are nothing alike. Okay. Okay. Was bedeutet Terra geboten? Terra frying is a Spacers Choice brand secret. A mix of 13 herbs and spices plus a dash of modern chemistry. Mhm. Ist Spratwurst ja deine etwa deine Erfindung? Legally? No. The Terra frying method was developed and marketed by Spacers Choice. Between you, me and this grinder? I been through lean times. If there's one thing you learn on Tramp Freighters it's how to make near anything edible. Might be that this old space hand put a few words in the right ears and could be that Spacers Choice liked sticking it to C&P by R&Ding our own special meat. Mhm. Okay. Just as well. Near about time for me to go check on the trap. I mean to unload another creative farm fresh Sprats. Ich gehe wohl besser. Naja gut, man muss verarbeiten, was man kriegt, ne? CHAP. You're not the worst. You're not the worst, man. What was? consciousness. Yes, are you made it? Kill them. Ah, that's listening to me, can't help. It's like me.. It's like.... got to viel. Alecone, yeah I want to go and go here. Here is nothing, then go here. Okay, da kommt noch was. Ich hätte mir vorreit gekauft, uns ein heiliges auf Lager zu haben. Okay, Reminds us. And that's simply not tenable. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, ich geh dann einfach rein, ne? Was ist denn da? Nimmst du das auch? Hä? Trau dich! Trau dich! Nee, dann nicht. Restricted Area, oh, ha! Quarantäne! So? Nee, die öffne ich jetzt mal nicht. Weißt du was? Ja, komm. Äh, da! Dann dürfen wir ihn jetzt mal. Einfach mal so. Hui! Ach! Fotografie aktiviert. Dann holt man es aktiv. Das... Zweitweilig Zugang zu denen schwer geht. Bewegung verbaut. Die Energie des Mantels. Wenn dich aufwärts... ... in die Wache und ... ... zur Rede stellen. Dann kannst du den Mantel zurückgesetzt. Arbeite, wo wir werden, schwieriger. Ach so, hier müssen wir ja auch, ne? Wartet, komm her! Wartet! Die Sehne, man sieht nicht, die Tür ist offen! Wartet! Wartet! Was? Was denkst du, du machst? Du machst gar nichts! Leute, ihr könnt daraus... Ja! Das ist unauffällig! Weißt du, das ist unauffällig oder was? Das ist doch... Ah, komm her! Ich kann nicht sagen, dass ich dich vorher gesehen habe. Ich denke, du bist ein Freider-Captain? Ganz recht! Wenn du hier bist, um dich zu verbessern, dann musst du warten. Wir haben einen Moment mit unserem Delivery-Service. Wie soll ich dir vor deinem Wheeler ausreden, dass du wegen deinem Lieferer nicht mehr auf die Eier gehen sollst? Wheeler meint aber, dass die Lieferer noch eine Walle auf sich warten lässt. Mich verschönern? Ist das hier nur eine Krankheit? Schatz, oder? Ja, aber... Er muss mich an Erion referieren. Ich bin sicher, dass der Fuhl sich selbst in eine andere Schrape getroffen hat. Ich beginne zu fragen, ob ich meine Service-Mechanicals in diesem Fall bekomme. Könnt ihr nach ihm suchen? Wer ist Erion? Unser Deliveryman. Oh! Ein braver Idiot mit einer Pension, um sich zu verlassen. Manchmal von Daten, meistens von Banditen. videosen von Banditen. Ich kann erinnern, ja, ich kann erinnern. Ich werde die Zeit zu verraten, ich bin sicher, wir haben ihn vor Ort Comes in den Herbst, wie gestern was er ist. Er hat mir gesagt, er mit Scylla, Ausstbatten in der Charybdis Fluss, Ja, da müssen wir wieder raus. Ja, aber da müssen wir wieder raus. Ganz ehrlich. Warte mal. Bin da auch drauf, oder? Da geht's auch noch weiter. Da auch. Da auch. Ach so. Ach, verstehe. Ah, 30 Teile, das ist, das ist heftig. Ähm. Ähm. Warum sehen die jetzt so aus, wie sie gerade... Warum sehen die jetzt... Was ist denn mit euch los? Warte, warte mal, ist das nur wegen wie dem... Ach, ist alles klar. Okay, okay. Hab's verstanden. Gut, warte mal. Zeigen wir ganz kurz mal Fähigkeiten. Ähm. Genauso hin. Das können wir nicht weitermachen. Daran können wir nicht weitermachen. Was schlafen angeht, oder was? Äh... Röcke ich... So, einmal hier zwei. Bring erst mal alles auf 50. Lügen und überzeugen. Das würde ich jetzt mal machen, weil... Da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Zack, zack. Dagebuch. Fitten gibt einer... Nein, ähm... Wenn die Leute an sich... Wie soll der Teil des Kriegkörpers? Dann machen wir das, oder? So. Aber ich muss nochmal gehen. Das ist nichts. Das lohnt sich auch nicht. Du hull-headed Quacks! Do you know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? Alles klar. Okay, ja. Dann war's das hier, wa? Hab ich jetzt wieder sofort... Ich hab sofort wieder... Alles klar, das ist doch cool. Dann gehen wir da hinten mal rein. Gucken wir mal, was da ist. So. Ah, das kannst du doch irgendwann... Verwarte, ich hab keine Sorgen. Ich sollte hier eigentlich nichts stehlen, aber... Aber das kann ich halt nicht hinter mir lassen. Ganz ehrlich. Das... Also... Ne? Gut, auch wenn hier nichts ist anscheinend. 5-Bit-Module, 10-Bit-Module. Ah, wir kommen hier weiter. Alles klar. Ich wünschte, ich hätte hier Licht. Wer hat denn hier? Wer lebt denn hier, bitte? Da muss aber jemand ausgedrückt sein, ne? Ich frage mich halt, wo bin ich überhaupt? Sag mal, wo bin ich? Okay. Oh, die sind ja noch sicher. Sag mal, wenn das hier im Müll liegt, ja, ganz ehrlich. Wenn das hier schon im Müll liegt. Oh, okay. Was haben wir denn hier? Ähm... Was ist das? Ein Flammenwerber. Uhu. Nicht schlecht. Jetzt kommen wir... Immer zu neuen Waffen. Haben wir mal zu verkaufen. Nein. Also, was habt ihr denn so? Nichts. Und... Das ist viel zu teuer. Viel zu teuer. Oh, die sehen aber nice aus, Alter. 13, 24... 24, Alter, was? Okay. Augen, Augen. Die legen wir uns gleich mal an. Ähm... Passt zwar nicht zu unserem... 24... Gut, okay. Ich finde, das sieht doch geil aus. Ähm... Den kriegt dann hier der Max. Jetzt kommt mal raus. 11 hat er. Und Pavati. 16 und 5 geht bei Schleichen. Plus 5. Ja, sieht komisch aus, ne? Sieht komisch aus. Aber ja, wir lassen uns mal nie. Die story brought to you by Halcyon News. All the news that's picked to brought. If it's between the unreliable and the rest and go, I believe I'll sleep on the ship. Macht das doch. Sir. How do you do? And welcome to the rest and go. We used to be the go and rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Hmm, nicht so gut erklärt ist. Wie ist das Leben, Dr. Groundbreaker? Haben wir noch Geschäfte mit Händlern an der Promenade? Of course. Most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. Ich so gut erklärt ist. Oh, you can't miss her. Right behind you, number two. First unit on the left or second unit from the right depending on which direction you count from. Was? Der rechts hinter dir? Nummer zwei. Erste Einheit links. Oder der zweite Einheit von rechts. Zweite Einheit von rechts. Okay. Ja, ich muss jetzt nicht mit ihm reden. Ah, ja. Moin, was los? Also, wie gesagt. Sehr schön. Moin. Moin. Hey. Gut, dann nehme ich. Das könnte auch rechnen. Jetzt könnte nichts. Sorry, ich brauche hier ein bisschen was. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store bought. Was? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall... Alles klar. Es wird nicht günstiger sein. Wenn du dich in den Bitten kümmern möchtest, dann könnte ich eine Möglichkeit haben, die du interessiert bist. Was? Zehntausend Bits? Kannst du vielleicht mit dem Preis runtergehen, weil viel jetzt mich geschickt hat? Das kann ich mir trotzdem nicht lassen. Würde ich mir auch dann trotzdem nicht kaufen. Die Mama hat Brachstück hat sich noch niemals beschwert. Nein, komm. Das ist alles anders. Ich finde, ich bin in need of a Shipcaptain with a little more of flexibility. Might be this could help out the groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms. Ich habe keine Skobel, das mehr hören. Do you know Edna? Over an engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the groundbreakers comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Now I'm going to Roseway off here. Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Sounds like someone poking into somewhere they shouldn't be got into a spot of trouble. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corpse are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. What is that? What is that? Edna didn't seem to think so, when I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they got something to hide. Quite the opposite, I believe. Nothing terribly secret about gunfire. Is there? If you should find his secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corpse fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. My goodness, aren't you quick on the uptake? I like that. Should you find yourself responding to a certain distress call and in so doing find yourself in position of certain valuable corporate secrets? Well. Then we ought to have a chat over a pot of tea and my famous cookies. Ah, yeah. Du kannst dich auf mich verlassen. Law bless your atoms. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. Don't forget to come find old Gladys when you're done. He's like a friend of mine. Hey, are you from other jobs? Might want to acquaint yourself with June Lee Tennyson, groundbreakers chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law for fin someone call me a liar. I don't know, man. She's seemed pretty neat to me. Well, aren't you sweet? And just her type too. What's that supposed to mean? Forget I said anything. Ah, cool. Ah, cool. Schön. Schön. Das gefällt mir. Die Geschäftsangeln hier in der Mitte bringen. Aber da haben wir ja schon... Was soll ich nochmal erleben? Ja, das wissen wir. Süß. Ach, ehrlich. Das gefällt mir. Nicht das ganze Quatsch von wegen Lesben und so, sondern ihre Art. So, hä? Was? Hä? Hä? Was? Okay. So, wenn die keiner braucht. Oh. Alter, hier gibt es so viel. Alter, das ist der Wahnsinn. Ja, ja. Kostenpflichtige Filme. Das mach ich irgendwann anders mal. Also, ganz ehrlich. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber hier will ich keinen rein. Warum möchte ich hier rein? Weil hier nichts ist. Kacke. Autsch. Na, du kleine Tücher? Ist ja gut. Hör doch. Nicht auf. Weg zu. Geh doch mal aus dem Weg, Mensch. Na gut. Nein. Ihr bleibt da. Auf diesen. Let's go. Schlüsselkarte. Das bringt nichts. Schlüsselkarte. Bringt nichts. Bringt nichts. Bringt nichts. Wir brauchen Schlüsselkarten, ne? Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Dann wären wir fast überall durch. Ich beginne nochmal die andere Seite lang, wenn es ganz ehrlich ist. Auch nett. Das ist ja nett hier. Hallo Vera. Verdammt, wie groß das Schiff ist, Alter. Ja. Das einzige was sie kann. Afro-südisch. Geil. Oh, was? Ach, da wäre 60. Ei, 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 ei. Gut, dann müssen wir noch ein Level aufsteigen. Moinschaftsgewoch. Hallo Kinder. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Kannst du dich lieber geben? Ich dachte, ich konnte es jetzt wirklich da sein. Das wäre ja mal eine schöne. Interessiert mich nicht. Ist ja so. Alle Hände im System tocken ich hier doch an. Hast du irgendwas interessantes gehört? Ja, das kennen wir ja schon, warum das Problem da ist und so. Es ist wirklich sehr viel über Dialog hier. Wir müssen da runter. Die Frage ist, wo kommen wir denn da runter? Ach, hallo. Oh, Waffenteile. Pfff. Pfff. Hartlaug und Stogebeer. Kriegen wir eins drauf? Kennst du das Sound, wenn du ein Injektor-Clip aufschraubst hast? Ah. Das ist so, dass du weißt, dass deine Waffe dich wieder liebt. Ich habe eine ganze Reihe von Waffe-Modifikationen. Ich wäre glücklich, euch zu zeigen. Ich möchte die Waffe haben. Oh, 1800. Ah, guck dir das an, im Gegensatz zu die... Alter. Langwaffe, ne? Ist eine lange Waffe und... Auch lange Waffen. Ganz ehrlich, ich hole die mir jetzt. Zack. Das ist so ganz ziemlich. Modifikation. Was haben wir denn da? Wie ist denn der Nagerwaffe angegriff? Schallentümer auf Schock. Auf Endstrahlung. Ah, ne. Kostet auch 7.000, weißt du? Das haben wir schon. Schock. Glyroskop haben wir auch. Also brauchen wir das nicht. Waffenteile. Wie viel kostet mich das? 7, kostet mich 193. Nimm ich. Sonst noch was? Nipp. Ganz ehrlich, den muss ich jetzt gleich mal anlegen. Alter, das ist ja... Nice. Aber die hat 99, die hat 120, aber wir können die aufrüsten. Alter. Oh, nice, Alter. Werkbank. Wer, 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 wer. Die waren, glaube ich, da oben, ne? Wer, 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 wer. Wer, 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 wer. Komm her, komm her, komm her. Ahhhh... Da. Mod installieren. Schallentümer auf Schock. Nein. Ja. Dann weg. Düfteln. 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 Schlüssen rein, oder? Oh, weiter geht nicht. Aber 126 ist schon mal besser als unsere. Gut. Und dann bekommt Bavardi Ach, der kann sich eigentlich behalten, weißt du was? BK bekommt jetzt mal Er ist Hacker, er braucht das. Er muss da, ne? Nice Sache, Alter. Ganz ehrlich, das gefällt mir richtig gut. So, lass mal gucken, was müssen wir dann jetzt nächste Folge machen. Freie Passage, sprich mit Odin, das ist ja das, wo wir weiter müssen. Begleiterauftrag. Ada. Dann werden wir zurück und fragen ein paar Weitere nach Tunei. Jetzt im Außer-Groundbreaker. Ich bin der Käpt'n auf der Wo ist denn das? Müssen wir da, da müssen wir wieder zurück. Nein, dabei ist nicht. Die Aufnahme ist nutzend auf deinem Schiff an, nein. Bring die Wissenschafts-Sniper der Groundbreaker an dich, okay. Komm, wir besorgen das Zeit für den Glückkörper. Alter, das ist... Oh, ich liebe Sniper so sehr. Lost Hoop. Ach so, das war ja... Das ist dann mal auch schon. Waste ist wohl mal. Das scheint so, ne? Das scheint so. Äh, ich speichere mal ganz kurz. Zack, zack. Dann will ich einmal da rein. Haben wir denn hier was Gutes? Schade, dass du die jetzt kennengesehen. Wo kommen wir denn hier hin? Alter, wo kommen wir denn... Das Schiff ist so verfinkelt. Ah, klar, kein Problem. Ah, was passiert? Was passiert? Wie lange war es hier drin? Was? Ich hab da einen Gefahren gedacht. Wirst du dich reposieren? Nein. Ich kann dir die Tür auch wieder zusperren. Erzähl, warum werde ich... Was? Du hast wohl genug durchgemacht. Ja, er hat genug durchgemacht. Komm. Soll es doch... Und da können wir auch noch lang... Oh, ich... Was ist das? Hey! Alter, was ist denn los mit euch? Ja! Na, Kampfwaffen! Jetzt kann ich die nicht mehr looten, oder was? Toll. Toll! Ach ja, da sind Satz und Kollegen hier doch. Dann öffnen wir die mal ganz kurz. Ich glaube, hier kommen wir zur anderen Seite raus, ne? Autsch! Wir sind alle molekuläre Maschinen. Das Körper ist eine Kollektion von Atomen. Der Geist ist eine Konsequenz von chemischen Reaktionen. Das ist doch ein Schleserkarte. Ja, das finde ich aber auch. So, haben wir einiges. Oh, Flinte. Ach, hier sind wir. Okay. Nö, das können wir ja schon. Komm, wir... Geh doch. Da. Da, 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 da. Okay. Boah, wir sind schon wieder so in Überlänge. Das ist... Ah! Aber das Ding ist auch einfach so riesig. Du kannst hier nicht... Okay. What? What? Alter. Was soll ich denn hier machen, Mensch? Wie lange soll ich denn hierbleiben? Entstanden. Ich werde meine Kopf aufhalten. Ja, sag mal ruhig jetzt. Wow. Das... Das... Wow. Okay, hier ist nichts. Egal, ich nehme dich so ungern mit. Du bist immer so... Gesprächig. Du bist ja noch Gesprächiger als Bavati. Und die hat schon gesagt, ich werde dich zu oft voll labern. Und dabei tut sie das gar nicht. Hä? Ah, ich wollte gerade sagen... Ah, man kommt nicht darauf. Alles klar, man kommt nur hier hin. Interessant. Da kann man das auch noch hin. Aber ich... Ich glaube, das ist ja wieder was anderes hier. Na gut. Dann gehen wir mal. Hey, Mr. Vicker. Do you ever get a little bit homesick? Frenchwater? For that ocean stink? No, I do not. You're supposed to say yes and go on to explain why. I just want to have a conversation. Of course you do. Ja, er ist wirklich begeistert. Ach ja. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Boah, das ist eigentlich eher so ein Spiel für den Stream, ne? Hey, moin! Was läuft? Ich bin okay, alles gut. Ich habe ja mein Inbound-Messer dabei. Das wollte mir schon passieren. Okay. Komm mir denn nicht, Alter. Ich mag ja sowas, ne? Aber... Ich meine, wie lange soll man denn hier da... Sorry. Schweres Maschengebirge. Ja gut, haben wir ja schon. Nur weil ich das Gefühl habe, wenn ich hier rausgehe, dass ich... Dass mich irgendjemand sieht. Oh! Nein! Tschüss! War nun versehen. Okay. na gut dann würde ich sagen nächste folge ich möchte ich möchte die normalen ich möchte die einfach noch machen gut geht das an 188 Alter sieht das geil aus Fürs Let's Play Alles fürs Let's Play Alles fürs Let's Play Gut Ich wollte halt nur sehen Aber das Schmerz gefällt mir richtig gut Aber guck mal Ich hab hier auch gewartet Und es interessiert einfach mal keine Sau Keine Sau Na gut Komm wir gehen mal ganz kurz hier Ach das war schon Ich glaub wir sitzen schon im Kopf Ich habe eine Frage über dein Plan, Mr. Vicker Of course Der Cosmos ist generiert und directed von der Universal Equation Also known as the Grand Plan By contemplating the teleological order of things One can achieve verity Oh, um Right You had a question Never mind That about answers it Also wir wissen jetzt schon mal Ob ich das eigentlich nie machen wollte Ich wollte eigentlich nur eine Entscheidung Und dann ist das also Ähm Wenn wir die Antwort nicht kriegen Alter Äh, dann können wir einfach rumbringen Aber das möchte ich ja nicht Hier ist ja nichts Das heißt wir brauchen die eigentlich gar nicht, wa? Hier ist ja nichts Das haben wir nur seine Wohnung Alles klar, wir brauchen die also nicht Naja gut Ich bedanke mich für's Zuschauen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wenn's dann heißt Erfälle weitere Aufgaben für die Linger Um weiterzukommen Um nicht Geld bezahlen zu müssen Und Ja, gucken wir doch mal Ob wir ein paar Warte hier vergruppen können Und ob wir ihn Ja, mal ein bisschen Französisch beibringen können Von jemand anderem Danke für's Zuschauen Und macht's gut Danke für's Zuschauen